Jo, meine Damen und Herren, ich bin's wieder, Eugenio, und damit willkommen zu einem weiteren Vlog im Hintergrund. Ein Battlefield 1 Gameplay von der Beta, die jetzt leider geendet ist, aber ich hab hier noch ein bisschen Footage, und das wollte ich euch jetzt mal zeigen, weil ich keinen Bock hab, jetzt irgendwie noch Minecraft aufzunehmen, und ich nicht so viel Zeit hab, und deswegen ist das Gameplay, das ich schon habe, eigentlich ziemlich gut. Ich versuch, die besten Szenen rauszuschneiden, die ich da wirklich gemacht habe, und ja, soweit das Gameplay. Hey, ich wollte heute über meinen Polenaustausch reden, das Video, das gestern oder vorgestern oder heute rausgekommen ist, ich weiß nicht, wann ich diesen Vlog hochladen werde, auf jeden Fall am Freitag ist das Video rausgekommen, und ich wollte darüber reden, wie meine Erfahrungen da waren, und zwar, wer sich fragt, wann warst du denn dein Klischee, hast du mir nie erzählt, ja, ich war da vor einem Jahr, da könnt ihr mal sehen, wie lange die Videos her sind, habe ich aber auch schon im Sonntagsvlog erzählt, und heute wollte ich einfach mal darüber reden, was da so passiert ist. Also, da müsst ihr wissen, dass ich schon mal auf einem anderen Polenaustausch war, und es da auch mega geil war, und deswegen hatte ich auf jeden Fall noch Bock, das nochmal zu machen, und die Lehrerin, die das macht, ist immer ziemlich cool, weil sie da immer ziemlich geile Projekte daran verwickelt, sodass es erst billig ist, und zweitens einfach super cool ist, weil man so viel erlebt, wir sind in Museen gegangen, wir haben andere Städte besucht, und halt all so ein Stuff, dass man das einfach die Sache cooler macht, nicht einfach so ein lahmer Austausch. Das heißt, wir sind nach Warschau geflogen, waren da fünf Tage in Warschau, oder drei oder vier Tage, über das Wochenende, dann sind wir nach Danzig gefahren mit dem Bus, und dann sind wir mit dem Bus weiter nach Stutthof gefahren, zum Konzentrationslager, und das war alles mega fresh. Warschau an sich, an der Stadt, ist mega geil, und wir haben, das Coolste daran eigentlich war, dass wir in so einem Kloster geschlafen haben, und die Mönche haben sich einfach nichts gejuckt, unsere Lehrern auch nicht, das heißt, wir haben die ganze Zeit irgendwelche Scheiße gebaut, also jetzt nicht wirklich Scheiße, aber wir waren die ganze Zeit wach und so, und es war einfach mega fresh, da abends mit den anderen so rumzusitzen, weil vor allem die Leute alle geil waren, wir waren halt mit 15 Leuten oder so, und man kann sich alle relativ gut, und wir waren alle halt nett, und das war so das, was am meisten ausgemacht hat, und in Warschau haben wir halt relativ viel, oder halt generell, die Reise war halt über den Zweiten Weltkrieg und die Holocaust-Verfolgung, weil zum 70-jährigen Jubiläum jetzt, und da haben wir dann auch Projekte zu angefertigt in der Schule, jetzt auch als die Polen hier waren im Mai, aber ja, so ungefähr. Wir waren dann da in dem Museum, an den Gedenksteinen, sind da in der Stadt rumgelaufen, konnten auch noch ein bisschen die Stadt einfach so erkunden, da gab es eine ziemlich geile Mall, ja, und dann waren auch schon die vier Tage rum, wir sind nach Danzig, und oh mein Gott, Danzig ist so eine schöne Stadt. So, Warschau hatte seinen Charme, weil es so unglaublich modern war, und so das Zentrum war einfach so, es war einfach so aufgeräumt, wenn man jetzt raus, in die Außenbezirke fahren jetzt noch nicht so, aber man hat gemerkt, weil sie haben sich wirklich Mühe gegeben, das Stadtzentrum wirklich schön zu machen. Es gab auch noch eine superschöne Altstadt, und das war halt so getrennt, was halt auch mega cool war. Dann nach Danzig, und Danzig ist halt so richtig noch im alten Stil gehalten, weil das wurde halt, größtenteils war es wirklich verschont vom Zweiten Weltkrieg, oder auf jeden Fall, dann haben sie es wieder aufgebaut, neu, und dann sind wir da mit dem Boot über den Fluss gefahren, jetzt auch auf dem Thumbnail, das Bild ist aus Danzig, wir sind dann auf die Westerplatte gegangen, die viele vielleicht kennen könnten, da wurde nämlich der Angriff von den Deutschen auf die Polen im Zweiten Weltkrieg gestartet, wo dann so ein deutsches Schiff eigentlich zur Schau gestellt war, aber da waren dann so Personen halt im Schiff, die haben dann halt geschossen. Das war auch ziemlich interessant, und dann natürlich noch im Konzentrationslager, was dann nochmal eine komplett andere Erfahrung ist, dieses Feeling da zu haben, du merkst halt wirklich diese Stille auf dem Konzentrationslagergelände, das ist wirklich unfassbar, das muss einfach jeder mal gemacht haben, deswegen kann ich nur sagen, dass man sich Polen als Austausch oder generell als Reiseland echt lohnt, dass man da echt mal hingehen sollte, weil viele denken, na, ist jetzt vielleicht alles so alt und kaputt, aber man muss sich davon selber überzeugen, die Landschaft konnten wir jetzt nicht so viel sehen, aber das hatte ich ja auch schon mal, als ich mit meinen Eltern da war, gesehen, und deswegen sollte das jetzt erstmal gewesen sein, war mega cool, schaut euch das Video an, sonst schreibt mir in die Kommentare, was ihr noch für Fragen habt, ich werde euch sie gerne in einem anderen Video beantworten, oder schreibe euch einen Kommentar zurück, wenn es nur eine ganz kleine Frage ist. Jetzt haben wir Donnerstagmittag, ich habe wieder zwei Freistunden, muss dieses Video jetzt schneiden, muss die Gameplays raussuchen, danach muss ich meine Hausaufgaben machen, noch in den zwei Freistunden, weil ich morgen direkt nach der Schule zu den Einradtagen nach Delpenwald fahre und für da alles fertig haben muss, und heute Nachmittag gehen wir wieder Einrad fahren, und ich muss meine Sachen packen. Das heißt, ich habe wenig Zeit, und deswegen beende ich jetzt noch das Video, wir haben jetzt genau fünf Minuten, und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann ist da eine positive Wertung da, oder schreibt in die Kommentare, was ihr für Fragen habt für Polen, was ihr noch für die anderen Vlogs für Fragen habt, oder schreibt generell alles an, was ihr wollt, ich werde euch sie beantworten. So, Vlogs werden kommen, ich werde ein Edit von Dedmond hoffentlich machen, das Chile-Video wird kommen, das Barcelona-Video wird hoffentlich vor den Ferien, also in den nächsten drei Wochen kommen, und deswegen würde ich noch sagen, bleib mir auch zu sagen, bleibt schon so, ciao!